Herzlich willkommen bei Lampenreparatur Berlin. Ich bin euer Alex und ich möchte euch die Artemide Megaron einmal vorstellen. Im Hintergrund seht ihr Megarons verschiedener Farbe. Die gibt es auch in Rot und in noch anderen Ausführungen meistens ausgestattet mit diesem Schieberegler in dem unteren Drittel, mit dem man die Lampe oder die Leuchte hoch und runter dimmen kann. Es gibt auch hier verschiedene Versionen, was das Leuchtmittel anbetrifft. Die 300, 400 und 500 Watt Version mit diesem R7S Halogen Brennerstab, nenne ich ihn mal, der ja durch das gute Marketing der LED ein bisschen verpönt ist. Viele Kunden fragen uns, ob man das nicht auf LED umrüsten kann. Prinzipiell geht das. Da muss einmal der Dimmer für ausgetauscht werden und dann oben eben das Leuchtmittel. Empfehlen tue ich das indes nicht. Diese dieser Deckenfluter besticht eben durch seine enorme Helligkeit über dieses Leuchtmittel, um einfach einen großen Raum auszuleuchten und genügend Licht zu produzieren. Das ist natürlich energetisch gesehen mehr ein Heizgerät als ein Leuchtmittel. Trotzdem finde ich das Licht, die Farbwiedergabe, die Temperatur im Allgemeinen als sehr angenehm, was bis heute keine LED so abbilden kann. Deswegen empfehle ich jedem doch einfach bei diesem Leuchtmittel zu bleiben, solange das geht. Legen sich einen kleinen Vorrat hiervon an und betreiben sie weiterhin die schöne Atemide Megaron. Wir haben hier mal aus verschiedenen Jahrzehnten sozusagen Versionen stehen. Wenn wir die reparieren müssen, wenn Kunden zu uns mit dieser Leuchte kommen, ist nahezu zu 90 Prozent, 95 Prozent der Dimmer kaputt. Der Dimmer ist bei den meisten Modellen ein elektronisches Bauteil, was im Kabel verbaut ist und der dazugehörige Schalter, der Schieberegister, das befindet sich im Leuchtenkorpus. Das, was man kennt, was man mit der Hand bedienen kann durch Hoch- und Runterschieben. Nun ist das so, dass diese beiden Bauteile, einmal die Elektronik und einmal praktisch dieses Schieberegister, zusammengehören und aufeinander abgestimmt sind. Wir haben nicht unbedingt die Möglichkeit, dieses Schieberegister einzeln auszutauschen. Das Problem daran ist einfach ein mechanischer Verschleiß und bei der Elektronik ist es letztlich auch Physik, die da über die Jahre wirkt, wo dann einzelne Komponenten auf der Platine kaputt gehen. Die meisten Kunden sind daher einverstanden, wenn wir ihnen empfehlen, einfach einen Fuß- oder Bodendimmer einzubauen. Das wird im Kabel mit verbaut und da lässt sich bequem mit dem Fuß die Lampe ein- und ausschalten oder hoch- und runterdimmen. Gibt es je nach Ausführung, je nach Modell, was man bei der Megaron haben möchte, natürlich auch in anderen Farben. Damit sind die meisten Kunden auch wirklich zufrieden, weil das ein Qualitätsprodukt ist, was wir hier verbauen und diese Leuchte funktioniert wieder einwandfrei. Wir müssen allerdings, um das umzusetzen, müssen wir die alte Elektronik ausbauen. Da reicht es nicht, die elektronische Steuerung, also die Dimmersteuerung aus dem Kabel rauszuschneiden und diesen Dimmer einzubauen, sondern in diesem elektronischen Schaltkreis ist eben auch dieses Schieberegister im Korpus noch quasi im Wege. Wir müssen dazu einmal die ganze Lampe auseinanderbauen, bauen die alte Elektronik aus und setzen im Kabel dann im Anschluss so ein Dimmer ein. Diese Dimmer, die meisten der heute vertriebenen Version, laufen allerdings nur noch mit 300 Watt oder bis zu 300 Watt, was aus meiner Sicht komplett ausreichend ist, wenn man so einen 300 Watt Brennerstab, Halogenbrennerstab betreibt. Das müssen keine 400 sein, das müssen keine 500 sein, aber es muss eben auch keine LED sein. Das ist meine Meinung dort als Experte. In diesem Zuge, wenn wir die Lampe erstmal ganz auseinander gebaut haben, um an das letzte elektronische Bauteil zu kommen, was da quasi im Wege ist, können wir natürlich auch uns die Fassung angucken. Das machen wir pauschal immer. Manchmal sind die Fassung noch in Ordnung, dann bleiben sie, wie sie sind, aber wenn es da mal in der Vergangenheit leichte Kontaktprobleme gab, dann korrodiert dieser kleine Kontakt, der dann den elektrischen Fluss nicht mehr zu diesem Leuchtmittel gewährleistet. Dann haben wir das Problem, dass die Lampe augenscheinlich gar nicht mehr funktioniert, obwohl nur noch eine kleine Oxidschicht zwischen diesen Kontakten das Problem darstellt. Das freizukratzen kann man machen, ist aber eine sehr kurze Abhilfe des Problems. Deswegen tauschen wir entweder beidseitig oder einseitig, je nachdem wie es nötig ist, dann auch hier die Fassung aus. Und wenn wir damit fertig sind, die Fassung ausgetauscht haben, den Dimmer eingebaut haben, wird diese Lampe viele Jahre noch weiterhin funktionieren. Sie können sich wie gesagt einen kleinen Vorrat hiervon anlegen in 300 Watt und dann haben sie weiterhin Freude an dieser wunderschönen Lampe.